Die Bedeutung ergibt sich schon mal aus unserer Internationalisierungsstrategie. Wir gehen immer dahin, wo deutsche Unternehmen sind. Wir beraten und prüfen als Wirtschaftsprüfer deutsche Unternehmen in Deutschland und weltweit. Und Sao Paulo ist natürlich hochinteressant für uns. Es ist ja die größte Industriestadt mit der Ansiedlung deutscher Unternehmen außerhalb von Deutschland. Und sehr viele Weltmarktführer aus Deutschland sind hier, also unsere typischen Mandanten. Und auch in Zukunft wird Sao Paulo wichtig bleiben. Es ist ein Schlüsselmarkt für Lateinamerika. Und wir sind auch optimistisch, was die Zukunftsaussichten des Landes Brasilien und auch jedes Großraums Sao Paulo und des Südens von Brasilien anbelangt. Wir sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und auch in ausgesuchten Bereichen Unternehmensberater und IT-Berater. Für uns ist es wichtig, dass diese Berufe nicht nebeneinander arbeiten, sondern dass sie sehr eng zusammenarbeiten. Das nennen wir interdisziplinär. Wir bilden für die einzelnen Projekte unserer Mandanten Teams, denken also vom Problem des Mandanten her, von seiner Situation und lösen dann zusammen im Team diese Themen oder begleiten den Mandanten bei seinen Aktivitäten. Was doch eine Besonderheit ist, das ist, dass wir kein Netzwerk sind oder kein Franchise-System wie die meisten unserer Wettbewerber in unserer Branche. Wir sind vielmehr so aufgebaut wie unsere Mandanten auch. Mit unserer Muttergesellschaft in Deutschland und mit unseren eigenen Tochtergesellschaften, mit unseren eigenen Büros weltweit in 50 Ländern. Wir haben über 100 Büros, 108 Büros momentan, in denen 4.700 Kolleginnen und Kollegen ungefähr für Rödel und Partner arbeiten. Und ich denke, die größte Besonderheit besteht darin, dass wir weltweit ausschließlich deutsche Unternehmen beraten. Also natürlich in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern. Das heißt, wir sind spezialisiert auf die Beratung von deutschen Unternehmen, die weltweit tätig sind, die weltweit Tochtergesellschaften unterhalten. Unser Wunschmandat in Ländern wie Brasilien oder auch auf der ganzen Welt sind gerade die Tochtergesellschaften von deutschen Unternehmen. Das sind für uns keine unliebsamen kleinen Kunden, die erst dann drankommen, wenn alle großen lokalen Platzhörschen beraten worden sind. Sondern das sind die Mandanten, die wir uns wünschen und die wir haben wollen und auf die wir spezialisiert sind. Das ist unsere Nische als internationales mittelständisches Unternehmen. Also wir merken jetzt ganz aktuell, dass das Interesse an Brasilien wieder zunimmt. Nach den doch eher krisenhaften Jahren davor, in der Vergangenheit. Das stimmt uns optimistisch für den brasilianischen Markt. Da werden sicher andere auch folgen. Die Herausforderungen sind das sehr komplexe, ich würde mal sagen überbürokratische Steuerrecht. Das gleiche gilt auch für das Arbeitsrecht. Ich glaube, das nennt man den Custo Brasil. Ich habe jetzt von den Kollegen gehört, dass es doch kleine Anzeichen gibt im Arbeitsrecht, dass eine Deregulierung eintreten kann in manchen Themen. Aber ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass das doch die Herausforderungen bleiben. Es ist ein großer Markt mit einer jungen Bevölkerung sicherlich wie geschaffen für die Unternehmen aus Deutschland, für die zahlreichen Technologieunternehmen, Weltmarktführer, die hier verkaufen wollen, die hier produzieren wollen. Aber die Bürokratie wird uns als schon Nachteil auf diesem Markt, denke ich, erhalten bleiben. Aber man kann sie in den Griff bekommen, natürlich mit guter Beratung, wie viele erfolgreiche deutsche Unternehmen hier Tag für Tag beweisen. Wir ziehen jetzt hier auf das gleiche Stockwerk wie die Kammer. Das finde ich ganz toll. Wir werden Nachbarn der Kammer. Wir sind dann ganz eng nur über den Gang getrennt miteinander verbunden. Das ist in vielen anderen Ländern auch der Fall. Die Auslandshandelskammern und wir kümmern uns. Wir helfen den deutschen Unternehmen, die in ein Land kommen oder die in dem Land tätig sind. Wir sind die Anlaufstelle, beide die AHKs und auch wir für die deutschen Unternehmen. Wir vermitteln vielleicht ein Stück Heimat. Die Beratung findet auf Deutsch statt. Es ist jedoch so eine deutsche Umgebung, ein deutsches Milieu, was zumindest psychologisch einen gewissen Vertrauenseffekt auch begründet. Und mit den AHK sind wir in vielen Ländern sehr eng verbunden. Wir sind auch in den Gremien der AHKs tätig in vielen Ländern als Vorstandsmitglieder, Schatzmeister oder auch als Wirtschaftsprüfer. Und die Zusammenarbeit funktioniert auch sehr gut. Die AHKs und Rüttel & Partner, wir ergänzen uns sehr gut. Wir haben komplementäre Betätigungsfelder. Und ich denke, das ist auch eine Win-Win-Situation, gerade für die deutschen Unternehmen, die hier dann an einer Stelle die Leistungen der AHKs und auch von uns, von Rüttel & Partner, gleich nutzen können. Gerade in einer Stadt wie Sao Paulo mit diesem Stadionverkehr ist es, denke ich, auch ein Vorteil, diese kurzen Wege hier zu haben. Und ich denke, das ist auch ein Vorteil, diese kurzen Wege hier zu haben.